Viele Privatanleger verlieren mit ihren Aktien ständig Geld. Kann man das irgendwie ändern, irgendwie abstellen? Oder ist es so, dass wir gegen die super informierten Profianleger einfach keine Chance haben, wenn wir mal ehrlich sind? Bis gleich! Herzlich Willkommen zum Video Kleinanleger, das dumme Geld? Und es freut mich zu sehen, dass sich das dumme Geld auch heute hier wieder reichlich versammelt hat. Schön, dass Sie hier sind. Das dumme Geld, das sind wir. Das sind wir, die kleinen Privatanleger ohne die institutionellen Strukturen. Wo ja jeder Entscheider tausend Analysten hinter sich hat. Und die beobachten jeden Markt und jeden Sektor ganz genau. Und die haben auch Zugriff auf alle Daten, die es dazu überhaupt gibt. Und die sehen natürlich auch jede Veränderung viel, viel schneller als wir. Das sind am Aktienmarkt unsere Gegner, gegen die wir antreten. Sie sind uns eigentlich haushoch überlegen, sodass sich schon die Frage stellt, warum in aller Welt glauben wir eigentlich, wir hätten als private Anleger an der Börse in diesem Haifischbecken irgendwas verloren und es gäbe da für uns irgendwas zu holen. Aber auch wir mit unserer begrenzten Zeit, mit unseren begrenzten Mitteln können Geld verdienen an der Börse, wenn wir es richtig anstellen. Und ich werde Ihnen dazu heute auch noch eine völlig neue Strategie verraten. Aber Sie wissen ja, Börsenstrategien funktionieren nur dann, wenn die anderen sie noch nicht kennen. Und darum jetzt auch gleich mal vorab, ganz dringend, teilen Sie dieses Video mit niemandem. Schreiben Sie auch keine positiven Kommentare drunter. Das macht nur andere Leute auf das Video aufmerksam und das wollen wir nicht. Und natürlich abonnieren Sie auch auf gar keinen Fall diesen Kanal. Sonst wird er am Ende noch bekannt und dann haben wir den Salat. Okay, war natürlich nur ein Scherz zum Kanal, aber wo geht es hier unten. Aber wie steht es um den Privatanleger? Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass es da ganz, ganz katastrophal aussieht. Und darum gibt es auch immer wieder so Videos wie dieses hier. Warum über 90% der Anleger Geld verlieren, das halte ich aber für stark übertrieben. Das hier ist von JP Morgan aus dem berühmten Guide to the Markets. Ich habe es hier schon mal gezeigt. Durchschnittsrenditen für verschiedene Anlageklassen von 2002 bis 2021. Das Standard & Poor's Index hier in grün, der ist pro Jahr um 9,5% gestiegen. Und eine Mischung aus Aktien und Anleihen 60-40 oder 40-60, das sind die blauen Balken. Das hat auch noch pro Jahr eine Rendite gebracht von 7,4% beziehungsweise 6,4%. Aber der Durchschnittsinvestor hier in Orange, der hat nur 3,6% pro Jahr verdient. Warum auch immer. Vielleicht war er ja zu vorsichtig, vielleicht hat er zu viel Cash vorgehalten, vielleicht hat er auch einfach zu viel in die falschen Dinge investiert. Aber er ist auf jeden Fall natürlich deutlich hinter der Aktienmarktrendite zurückgeblieben. Aber er hat trotzdem immer noch eine positive Rendite erzielt. Also ganz so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Auf der anderen Seite, das ist auch nur ein Durchschnittswert. Und hier haben wir die jährliche Performance von 200.000 Kunden von Trade Republic. Das ist eine Auswertung vom DIW. Die war im Durchschnitt bei 7,2%. Und sie ist klassisch verteilt. Wir haben aber eben auch viele Ausreißer nach oben und nach unten. Und bei 38% von denen, da war die Rendite nämlich bei 0 oder negativ. Und gut 10% dieser Anleger, die haben sogar Verluste gemacht zwischen 60 und 100%. Und das schlechte Jahr 2022, das ist in der Studie ja gar nicht mehr enthalten gewesen. Da war es wahrscheinlich dann noch viel schlimmer. Und das ist dann schon ziemlich niederschmetternd. Und wenn man sein Depot dann auch derart pulverisiert hat, dann ist man wahrscheinlich verzweifelt. Und dann sagt man entweder, wie konnte ich überhaupt so blöd sein, um in Aktien zu investieren? Oder aber, was mache ich denn jetzt bloß? Wie schaffe ich es bloß, dass ich mein Depot wieder hochkriege? Mehr anstrengen? Mehr informieren? Mehr YouTube-Videos schauen? Schlauer sein? Wie gesagt, Ihre Gegner am Markt sind auch schlau. Und egal was sie machen, die Gegner werden trotzdem immer mehr Informationen haben als sie. Und jetzt wird es aber noch lustiger, weil diese Institutionellen mit ihrem ganzen Wissen, die schlagen den Markt ja auch nicht. Der Durchschnitt der Fondsmanager bleibt auch hinter dem Markt zurück. Das heißt, wenn noch nicht mal die das schaffen, dann muss man ja eigentlich sagen, ja dann kann man es als Kleinanleger ja eigentlich komplett vergessen, von vornherein schon. Ich erzähle Ihnen mal einen Schwank aus meiner Jugend. Ich habe mit Aktien angefangen, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, zusammen mit einem Freund. Und wie es damals so war, das kann man mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Wir hatten ja nichts als Anleger. Es gab kein Internet zum Beispiel. Ganz entscheidend. Heute, wenn Sie einen Geschäftsbericht haben wollen von einem indonesischen Geflügelzüchter, dann haben Sie den in 10 Sekunden vorliegen. Damals, da hat es in der Zeitung die Schlusskurse gegeben von ein paar wenigen Aktien vom letzten Tag. Und Nachrichten von Unternehmen, die haben Sie ab und zu mal zufällig gesehen irgendwo. Und wenn Sie eine Order aufgeben wollten, dann sind Sie zur Sparkasse gedackelt. Und wenn das vor 12 Uhr war, dann ist die Order noch am gleichen Tag ausgeführt worden. Ansonsten dann eben erst am nächsten Tag. Und wir haben damals eine Börsenzeitschrift gehabt, die haben wir gelesen. Das war natürlich alles Gottes Wort, was da drin gestanden ist. Und, ja gut, wir waren eher konservativ, würde ich sagen. Wir haben jetzt nichts gekauft, das sehr teuer war. Wir haben auch nichts gekauft, das gefallen ist. Und so Sachen wie Modekonzerne oder sowas und so ein Quatsch, das haben wir auch nicht gekauft. Aber rückblickend muss man trotzdem sagen, wir haben keine Ahnung gehabt von nichts. Aber trotzdem, wir haben fast immer gewonnen. Jetzt kann man natürlich sagen, das war auch eine gute Marktphase, stimmt ja auch. Damals ist es gerade wieder losgegangen. Und ich habe mal damals, aber dann natürlich irgendwann gedacht, da geht noch mehr. Und dann habe ich mich beschäftigt mit Kennzahlen, mit Strategien, Value Investment, Warren Buffett und solche Sachen. Bilanzen, technische Analyse, Kapitalmarkttheorien und, und, und. Viele, viele Jahre. Hat mich das zu einem besseren Investor gemacht? Ich bin mir nicht sicher, ich würde eher sagen, nein. Und manchmal wünsche ich mir auch, ich könnte irgendwie wieder zurück in diesen Zustand, völlig unschuldig, völlig ahnungslos, wo man eigentlich nur gesagt hat, das kaufe ich jetzt, das klingt doch ganz gut. Das Hirn abschalten und investieren wie der letzte uninformierte Dussel, hört sich das abwegig an für Sie. Wie läuft es denn sonst im Leben so? Wer ist dümmer, Sie oder Ihr Chef? Natürlich, Ihr Chef, in Befragungen von Untergebenen wird das fast immer bestätigt, zu fast 100%. Aber wer verdient mehr Geld? Na ja, da sehen Sie es. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Und wenn am Markt, am Aktienmarkt immer mehr Information und immer mehr Anstrengung absolut nichts bringen. Und wenn die, die sich am meisten anstrengen und die am besten informiert sind, wenn auch die den Markt nicht schlagen, wer soll ihn dann schlagen, wenn nicht die Knallköpfe? Der aktive Anleger ist eine tragische Gestalt. Je mehr er sich anstrengt, je mehr er ringt sozusagen um Erkenntnis, desto schlechter läuft es für ihn, hat man manchmal den Eindruck. Das kann man sehr schön sehen an CFD-Tradern zum Beispiel. Das sind mit Sicherheit Leute, die sich ja besonders intensiv auseinandersetzen mit den Börsen. Die verlieren Geld en masse. Das müssen die CFD-Anbieter nämlich ausweisen inzwischen. Bei IG Markets, da verlieren wir zur Zeit 73% der Kleinanlegerkontengeld. Bei plus 500 sind es sogar 82%. Und die aktiven Anleger sind meistens Männer. Nicht, weil Frauen klüger sind oder dümmer, sondern weil die sich für Börse so gut wie gar nicht interessieren. Jetzt im Durchschnitt auch wieder. Für so einen Quatsch haben die gar keine Zeit. Und darum investieren sie, wenn, dann passiver und auch weniger in Einzelaktien und sind damit aber die erfolgreicheren Investoren. Wenn auch nicht ganz so erfolgreich wie Schimpansen, die man im Versuch irgendwelche Aktien zufällig ankringeln lässt. Und daran sieht man schon, je weniger Ahnung, je weniger Ehrgeiz, umso besser anscheinend die Performance. Und ist es nicht auch so, dass das vermeintlich dümmste Investment der Welt zur Zeit auch eins der populärsten ist, nämlich der ETF. Ein Produkt, das ja einfach nur den Markt abbildet, wo überhaupt keiner mehr eine Aussage trifft über Qualität, über Bewertungen oder über sonst was. Das komplett blind investiert. Natürlich, das ist das dümmste Geld überhaupt. Was denn sonst? Aber trotzdem, es kann auch ein ganz besonderes schlaues Investment sein. Wenn man davon ausgeht, dass es sowieso nichts bringt, sich irgendwelche Gedanken zu machen oder dass das vielleicht ja am Ende sogar schädlich ist. Trotzdem, das ist hier jetzt kein Werbevideos für ETFs, da müssen Sie schon zu jemand anderem gehen. Eins ist klar, Einzelaktien sind natürlich riskanter als ETFs. Darüber muss man sich immer klar sein. Mehr Chance heißt auch immer mehr Risiko. Ich gehe aber davon aus, trotzdem, man kann dieses Risiko ja zumindest senken. Und es gibt da etliche Punkte, die habe ich schon öfter mal erwähnt, da können wir uns jetzt auch ganz kurz fassen. Zum Beispiel, es gibt eben einfach Aktien, die sind riskanter als andere Aktien. Und da sollte man darauf achten als Anleger, dass man jetzt nicht immer nur ständig diese hochspekulativen Aktien, diese ganz heißen Geschichten kauft, sondern dass man eben auch auf Qualität achtet im Depot. Dann sollte man darauf achten, dass man vielleicht nicht ständig jedem Hype hinterherläuft, beziehungsweise wenn man einem Hype hinterherläuft, dann sollte man wissen, dass das auch ein Hype sein könnte und entsprechend dann gut aufpassen eben auch. Und klar, Vorsicht auch vor diesen ganzen heißen Tipps. Vorsicht bei den Aktien, wo alles viel zu gut klingt, um wahr zu sein. Oder die vielleicht auch nur gerade von irgendjemand gepusht werden. Und außerdem der Paradefehler von vielen Anlegern ist und bleibt natürlich, sie steigen in guten Börsenphasen euphorisch ein, unterschätzen das Risiko und dann, wenn dann mal die Verluste kommen, dann verlieren sie das Interesse. So wird es natürlich nichts mit dem Börsenerfolg. Aber wenn man das alles erstmal berücksichtigt hat, im Hinterkopf hat, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, wirklich. Aber, was glaube ich auch ein großes Problem ist bei dem einen oder anderen Anleger, das ist eine gewisse Verbissenheit. Man hat eine bestimmte Überzeugung, wie die Welt aussieht und wie das alles laufen wird am Markt. Und das ist ja auch gut, weil wenn man keine Überzeugung hätte, dann würde man wahrscheinlich auch keine Aktien kaufen. Nur zu glauben, dass die Überzeugung, die man hat, dass die unter allen Umständen die richtige ist und dass die Information, die man hat, dass die unter allen Umständen auch die sein wird, auf die es dann ankommt am Markt, das ist gefährlich und das ist oft auch grobe Selbstüberschätzung. Man muss auch in der Lage sein als Anleger, dass man Fehler auch mal korrigiert und man darf das auch nicht persönlich nehmen, sondern man sollte immer sagen können, gut, ich habe mich geirrt und ich werde mich auch in Zukunft als Anleger noch oft irren. Das gehört aber auch dazu. Und was mir auch ziemlich oft begegnet und was damit auch zusammenhängt, das ist bei vielen Anlegern die Suche nach so einer Art objektiven Wahrheit an der Börse. Weil man setzt ja Geld ein, man spielt ja das Spiel mit, aber dann will man gefälligst auch wissen, wie die Regeln sind, damit man das Spiel auch sicher gewinnt. Oder man will wenigstens wissen, was jetzt definitiv als nächstes passiert. Das wird auch oft an einen herangetragen, wenn man hier so YouTube-Videos macht, dass die Leute dann sagen, Mensch, jetzt eier doch nicht so rum, sondern sag mal, was Sache ist hier ohne Wenn und Aber. Und das kann man schon machen, viele machen das auch nur genau das Wenn und Aber. Das ist vielleicht das, was Ihnen morgen das Genick bricht an der Börse. Es ist tief verwurzelt bei den meisten Anlegern, dass es für die Börse ein Rezept geben muss oder dass das Ganze so eine Art Rechenaufgabe ist mit einer richtigen Lösung. Aber ich fürchte, so ist es nicht, weil es ist die Börse. Und jede Erkenntnis, die Sie haben und wenn sie noch so richtig ist, aber irgendwann läuft die an der Börse auch wieder ab. Es geht um eine Zukunft da, die noch nicht da ist und bis dahin gibt es nur Narrative und Argumente. Und es ist gut, wenn man sich Argumente anhört, wenn man auch eigene Überzeugungen sich bildet, aber man muss sich darüber klar sein, dass man sich eben auch irren kann. Es gibt Wahrscheinlichkeiten an der Börse, es gibt keine Sicherheit. Okay, und in so einer schwierigen Welt, wer streicht denn dann die ganzen Überrenditen ein? Wir wissen es eigentlich nicht. Ich gehe aber davon aus, es sind Anleger, die entweder sehr schnell sind oder aber die eben qualitätsbewusst sind und beharrlich sind. Und es sind mit Sicherheit auch Kleinanleger dabei. Auch bei Trade Republic, hier haben wir es nochmal, auch da hat es Kunden gegeben mit Jahresrenditen von 40%, 50%, 100% und mehr. Natürlich, das ist eine Momentaufnahme, aber man sollte nicht sagen, es ist unmöglich. Und in diesem ganzen Meme-Stock-Boom zum Beispiel mit GameStop und AMC und so weiter, da haben ja viele auch schon vom Triumph des dummen Geldes gesprochen, weil die Kleinanleger da ja sogar Hedgefonds in die Knie gezwungen haben. Und im Moment ist ja gerade Tapperware-Party an der Börse, möglicherweise die letzte, weil Tapperware steht wahrscheinlich kurz vor der Insolvenz. Trotzdem ist die Aktie nur letzte Woche um 170% nach oben geschossen und auf einen Monat liegt sie jetzt fast 600% im Plus. Sowas ist natürlich Kamikaze, ist klar. Aber auch sonst haben die Kleinanleger eine gute Figur gemacht die letzten Jahre. Hier zum Beispiel im Corona-Crash. Schwarz der breite Russell 2000 Index und Rot die Anteile dran von Kunden vom Broker Robinhood, also Kleinanleger. Die sind relativ ruhig geblieben, haben dann ab März sogar schon wieder zugekauft und damit dann auch von diesem Crash und der Erholung stark profitiert. Oder hier das Sentiment von amerikanischen Privatanlegern in Dunkelblau und das von den Institutionellen aus der Bank of America Umfrage in Hellblau. Ist seit letztem Jahr plötzlich komplett unterschiedlich. Die Institutionellen waren extrem pessimistisch. Jetzt geht es auch bei denen wieder langsam bergauf. Die Privatanleger waren eigentlich die meiste Zeit relativ optimistisch und damit sind sie richtig gelegen. Seit Oktober läuft ja schon die Erholungsrallye und was immer jetzt als nächstes passiert. Aber die Institutionellen liegen massiv hinten im Moment und dafür ist es für die Privatanleger anscheinend ziemlich gut gelaufen. Auch das definitiv ein Triumph für Kleinanleger, obwohl die ja eigentlich viel dümmer sein müssten als die Institutionellen. Sokrates hat mal gesagt vor 2000 Jahren, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und dann hat er aber auch gleich vermutet, dass er dadurch, dass er wenigstens das weiß, dass er damit wahrscheinlich klüger ist als die anderen. Und damit hat er wahrscheinlich auch Recht gehabt. Und das gilt eben auch für Anleger. Die Strategie sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, dass man das Gehirn gleich komplett abschaltet. Aber man sollte schon mit einer gewissen Gelassenheit an alles rangehen. Gepaart damit, dass man eben von vornherein auch weiß, dass man immer wieder falsch liegen kann, dass es anders kommen kann als gedacht. Und dass man sich eben von vornherein auch so ausrichtet mit seinem Gepoge, sodass man es sich auch leisten kann, wenn es mal anders kommt. Mit Qualität, mit einer breiten Streuung und mit einem halbwegs langen Horizont. Dann kann man es sich leisten, dass man sich immer wieder auch mal irrt. Und man kann es sich dann außerdem auch leisten, dass man diesen ganzen Marktgeschrei und bei diesem ganzen Marktgedöns da auch mal ein bisschen weghört, was ja auch manchmal schädlich ist. Melden Sie sich also als erstes mal ab bei allen YouTube-Kanälen, bis auf diesen hier natürlich. Denn wenn Sie schon wissen, dass Sie nichts wissen, dann brauchen Sie auch jemanden hier, der Sie immer wieder darin bestärkt. Und beim Abo dann auch auf die Glocke gehen, dann kriegen Sie angezeigt, wenn neue Videos von mir da sind. Und damit noch zu einer letzten Frage. Wenn unsere Gegner an der Börse eines Tages nicht mehr die Institutionellen sind, sondern künstliche Intelligenz, haben wir dann auch immer noch eine Chance als Kleinanleger. Auch darauf bin ich eingegangen in einem Video vor ein paar Monaten oder das Ganze war zumindest ein Versuch einer Würdigung dieses Themas und dazu noch einen kleinen Nachtrag. Aktien werfen im Durchschnitt 6-8% Rendite pro Jahr ab. Ein unabänderliches Naturgesetz, fragen Sie Ihren Sparplanverkäufer. Also müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen als Kleinanleger. Auch in Zukunft nicht. Weil auch die gottähnlichste künstliche Intelligenz, die vielbeschworene, ist natürlich nicht so schlau wie Gerd Kommer. Natürlich nichts gegen Gerd Kommer hier. Er ist ganz großartig. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen. Vielen Dank.